es ist auf jeden fall nicht meindorf was da angegriffen wird sondern der kollege heißt alexander meindorf heißt der alex 360 und damit willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja ich meine wenn ich immer was live rein kriege ist natürlich super in meinen folgen denn davon lebt das spiel ja von ja eigentlich live angriffen und ist natürlich sehr sehr ich meine was heißt sehr sehr cool sehr sehr cool ist es nicht aber dass er hier vielleicht drei sterne kassiert aber auch gegen den 10er 15 auf 15 ist auf jeden fall 10 auf 10 an der alex ein das ist ein angriff von uns sehe ich gerade vom tavalin das ist ja einer von uns okay das habe ich jetzt gerade verpeilt was hat er da hinten auch keine matten doch er hatte doch eine maschine mit aber er hatte nicht genutzt er hat nicht die belagerungsmaschine genutzt da habe ich schon eingeholt das ist das das normale symbol obwohl er der kaserne damit hatte da war er sich zu sicher ich hätte ich hätte ich hätte oder hat er das doch habe ich jetzt gar nicht gesehen aber er macht trotzdem wahrscheinlich drei sterne da unten ist einfach noch ein bisschen viel ab und die baller bei uns sind da den x bogen auch schön weg und da hinten ist ja nicht mehr viel der kater noch am start die defenses gehen jetzt auch dauern und hat noch ein zwei drei vier hexen sehe ich da vier hexen okay das sollte in jedem fall irgendwie reichen auch wenn da noch der nervige king ist der aber schon auch der hat er hat schon erwischt okay also sollte es in jedem fall reichen drei sterne hier okay war dann doch ein angriff auf uns aber naja kaserne sollte man nutzen aber ich habe hier in diesem klaren krieg auch schon wieder jemanden ich will nicht sagen erwischt aber denn der 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 zwar eine belagerungsmaschine dabei hatte aber sie war leer das macht dann auch ganz überhaupt keinen sinn na egal aber erst mal drei sterne hier für uns und wir haben aber auch noch nicht so viel angegriffen und aber im titel steht ja eigentlich was ganz anderes erklärt neues dorf neues glück aber also schön gemacht neues dorf neues glück ja ich habe irgendwann habe ich mal uschi angeworfen hier zum rathaus 9 zu werden und ich habe ja noch nicht mal eine rathaus 8 base mit der uschi gebaut und jetzt bin ich heute bin ich gestern weil ich das weil ich die clanspiegel geliecht habe was über mein haupt 150 punkte war ich hier dann drin und denke so ach dann wird er plötzlich rathaus 9 und ab dann zählt das ja glaube ich erst ab dann wenn man einloggt läuft diese zeit ab diese vier tage die man hat die ich jetzt noch den boost habe drei tage 20 stunden und da musste natürlich ein bisschen was tun und ich glaube wir sind uns einig wenn man ein rathaus überspringen könnte also sagen wir mal in seiner langen langen laufbahn könnte man einen könnte man eine rathausstufe überspringen ich glaube die meisten würden neun überspringen allein die 50 helden level sind brutal aber die laufzeit ist auch so wenig geworden leute die laufzeit ist ja erst mal so wenig geworden werden wir gleich reingehen und ich habe ich habe ja auch viele sachen mit uschi gesammelt hier also ich habe so ziemlich alle items außer außer diese super tränke und ich habe es verpeilt leute ich habe es verpeilt aber damit kann ich auch gleich eine frage beantworten die ich in den kommentaren gesehen hatte und zwar hat jemand gefragt wenn er jetzt nicht in der cwl teilnehmen also er ist mit dabei spielt aber nicht aktiv ob er dann auch medaillen bekommt ja man bekommt auch medaillen so ich nenne ich nenne das mal trostmedaillen die höher du natürlich bist desto mehr trostmedaillen gibt ist da müsste ich jetzt genau im wiki nachgucken wie viel das pro oder jeder liga sind aber uschi hatte unheimlich viel gesammelt und auch das ist mir gestern erst das erste mal überhaupt aufgefallen natürlich uschi hat noch nie in einer liga mitgespielt aber trotzdem 2492 medaille und ich habe es irgendwie verpasst mal so ein bisschen was auszugeben hier das ärgert mich ein bisschen jetzt habe ich nämlich sieben tage timer hier drauf das ist echt ein bisschen doof das ärgert mich nämlich insofern ja dass ich jetzt normalerweise hätte zwei haben annehmen können oder zweimal zwei mal hätte was bauen können alles mit den hämmern hier habe ich jetzt leider nicht gemacht und ich habe auch noch keine neuen sachen raus außer die außer die bogenschützenkönigin damit mache ich dann sofort so nenne ich das immer damit mache ich das kaufpaket dann kaputt das ist dann gleich weg weil sobald ich mir die bogenschützenkönigin hier aus dem shop hole kann man dieses paket glaube ich nicht mehr nehmen weil in dem paket hast du die gleich auf level 7 bekommst ein buch und ein forschungstrank ich finde das eigentlich in ordnung denn ein heldenbuch kostet beim händler immer 500 gems rechnen wir mal sieben mal 500 gems für so ein heldenbuch was man eigentlich dafür bräuchte sind das 3500 gems und für 9 euro 99 forschungstrank noch dabei und noch ein heldenbuch also eigentlich 8 mal 500 also 4000 gems eigentlich ist das ein super super angebot den 4000 gems kosten hier in jedem fall mehr als 9 euro 99 das seht ihr also das angebot ist in jedem fall in ordnung und ich meine wenn man das macht dann denkt daran dass sie hier einen creator code eingebt am besten indem man sich leicht merken kann würde ich jetzt mal so sagen und dann gibt er einfach gas und kauft das paketchen wenn ihr rathaus 9 werdet also ich finde das paket ist in ordnung ich glaube dass da sind wir uns einig aber wenn ich jetzt die bogenschützenkönigin wie gesagt hier raus hole dann dürfte ich dieses paketchen nicht mehr bekommen und es sollte eigentlich raus sein aus dem shop ist auch so ja es ist das sonderangebot ist damit eigentlich für mich kaputt und ist aber auch in ordnung bevor ich dann noch zugreife nämlich nehme ich lieber die queen nicht nicht dass wir dann nachher noch was fürchterlich passiert und ich fange hier mit der uschi an zu kaufen obwohl uschi ist ja auch nicht free to play aber egal erstmal kostet natürlich gerade hier eben oder überhaupt in jeder rathausstufe kostet es erstmal unsummen an an elex trotzdem gibt es immer eine sache die immer sehr sehr wichtig ist ich meine damit man den boost ja jetzt auch voll ausnutzen kann was die truppen stärker angeht also die truppen müsste ich natürlich das labor level das da und ich meine für einen tag jetzt die hausmarke hier nehmen das finde ich ein bisschen übertrieben das mache ich eigentlich gar nicht also ich finde das lohnt sich nicht denn im rathaus neuen bereich sind die laufzeiten so niedrig geworden dass du natürlich immer deine base fertig hast bevor du die helden eigentlich fertig hast ja und da lohnt es sich fast nicht das zu machen also gebe ich jetzt eigentlich immer erst voll das elex aus so gut wie es geht und natürlich auch das dunkle hier ich meine 11.000 für vier stunden wie lange läuft das jetzt nur ja vier stunden ist ja nix ja dann habe ich die schon mal auf zwei und also so kann man es eigentlich machen ich würde jetzt auch den king gleich anstarten der kostet nur 17 ist auch echt wenig ich meine die vier können wir eigentlich auch 51 james leute da machen wir mal eben dann haben wir die nämlich schon und wir könnten sie einfach weiter leveln meine auch das ist ja echt nicht viel 72 james ist aber 112 james ausgegeben ne 122 james das ist auch nicht viel ich habe heute morgen hier ja erstmal alles abgesammelt an an dunklen zeug beziehungsweise an an sammelsachen habe aber auch gesehen dass dies teil hier das habe ich nur einmal das sollte mal an eine ordentliche stelle hier dann kann ich die restlichen morgen auch bauen ja und dann geht es eigentlich los dass wir dass ich eigentlich sage okay ich mache erst mal die armeelager die laufen nur zwei tage und wenn ich gleich den bus rein hauen laufen die nicht mehr zwei tage ja armeelager armeelager und jetzt bin ich eigentlich soweit den king habe ich der king liegt jetzt müsste ich eigentlich das labor noch machen dauert nur ein tag ein tag nur dann kann ich hier wieder loslegen kann jetzt aber das ganze elex hier einsammeln und früher habe ich das so ein bisschen anders anders gemacht hat tatsächlich als ich von acht auf neun sprang oder von neun auf zehn da habe ich wirklich als allererstes die sachen aus dem shop alle rausgeholt das mache ich jetzt nicht ich meine ich sehe ich jetzt wieder zwei tage hin und baue dann erst die ganzen sachen hier müsste sowieso dann auch wieder mauern bauen und 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 das mache ich jetzt erst mal zu anfang nicht so dicke habe ich jetzt auch gar nicht sondern wir nehmen hier einfach jetzt ein paar tränke ich habe noch drei stück okay die nehmen wir einfach und dann gucken wir mal wie weit war oder wie weit ich damit überhaupt komme klar können wir uns jetzt natürlich wieder die lager so ein bisschen voller machen wir haben auch ein bisschen sehe ich gerade ob es tut mir das leid ja okay wir haben jemand wir haben versehentlich jemand aus dem clan geworfen wo man sich vertan hat das tut uns leid für den anyone der im letzten klag jedoch angegriffen hat und und er ein ganz frischer rathaus 10 ist also falls er das liest oder hörte es tut uns leid ich habe ihn ja wieder eingeladen vielleicht kommt da wieder rüber und das waren versehen von uns also es war nicht war keine absicht und das war ganz klar versehen da hatte jemand einfach nur dicken finger so so wollen wir das mal so sagen ich frag mal jemand was nehmen wir denn so ein bisschen farmen da sollte man immer irgendwas reinschreiben zum farmen sinnvoll zum farmen natürlich muss die klar auch hoch auch die brauche erstmal dann 30 truppen aber die brauchen das sind alles gebäude die brauchen hier wirklich nicht mehr lange die brauchen echt nicht mehr lange was natürlich ein bisschen länger braucht sind dann die die x bögen die im shop dann wo sind zur verteidigung ja ist auch irre viel mehr guck mal ist echt irre viel was man bei neuen mit dazu bekommt also neben der bogenschützen königin auch noch die ganzen gebäude hier rausholen erstmal nachleveln bogenschützen turm ich finde also wenn man es überspringen könnte ich glaube das rathaus 9 wäre ganz ganz vorne mit dabei im ranking dass man es überspringen möchte denn ist echt ist wirklich 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 viel so eben mal mein anderes tabby holen was meint er die die uschi ob ob ich die uschi um benenne ich habe immer ein schlechtes gefühl wenn ich wenn ich mit diesem account einlogge ich habe müssen ja schon mal umbenannt würde das aber gerne noch mal machen glaube ich denn der name ich will jetzt nicht sagen der name ist programm aber der name ist irgendwie so wenn jemand gift hier und so ein bisschen was zum farben jetzt habe ich hier doch das passt so von avatar und dann kann man sich die lage erstmal wieder voll machen okay die tage ging es darum ich finde keine neuner ich finde jetzt auch keine neuner weil die liga wohl ein bisschen zu niedrig war als dass ich dort hätten rathaus 10 nehmen können mag sein ich dir komm mal der hier der da auch nie seine base weiter ausgebrochen als rathaus level 5 glaube ich ist aber nicht ist aber nicht so schlimm und wir nehmen uns schon ein der so ein bisschen zu uns passt der ist schön hier der ist schon voll ist ein achter min und sammler alle da oben perfekt ich würde sagen da da gehen wir auch da rein oder machen wir uns anders klar ist da der wird ja nichts drin haben denke ich mal wo ist denn der king ist da okay wir nehmen die mit wir nehmen den namen mit hier alle alle riesen und 16 magier das ist auch geil ich lass mal ein paar über ein pecker 123 ein paar mauerbrecher 123 jetzt haben wir natürlich nur die queen aber auch das ist nicht so schlimm mauerbrecher gehen da in dem fall durch perfekt und mal sehen das war da vielleicht mal eine luftabwehr schaffen oder sowas einmal hiel einmal einmal gut aber noch ein zweites mal gut so da geht er dauern wir wollen natürlich auch ein bisschen klar nehmen wir die clan book mit ihr perfekt sehr schick und da können die ein bisschen weiter machen oder magertum ist jetzt fallen meine queen ist ja noch nicht so stark da muss man sich auch mal erst mal daran gewöhnen dass die queen natürlich nicht mehr jetzt so ein burner ist also ich will mir eben alle truppen hier fair ausgaben dass ich das kann man immer machen man kann natürlich immer ein bisschen aufbewahren aber ich bin eigentlich nicht so ein sparer der sich truppen aufbewahrt oder oder sie nicht setzt so wie so eine kampfmaschine ich kann sie aber zünden weil sie natürlich jetzt auch noch geboostet ist also sie ist noch auf level 8 so ein zwei drei tage 20 stunden jetzt noch glaube ich und was das hier schon muss ihr ja auch dann ja es muss echt viel hoch vier vier fach sterne bonus gibt es natürlich auch für mich gar keine frage ich bin natürlich hier den vierfachen stern bonus das ist nett und bauen wir einfach mal nach ich habe jetzt eine etwas teurere armee hier wir bauen die mal nach jetzt muss ich mal eben gucken labor geht das eigentlich auch wo ist mein labor ein labor ist hier okay also aber ja rat aus level 9 hola oder oder lalon oder was was man da auch immer nettes spielen möchte und mein normales labor die glaube ich auch hoch sprung zauber und fast sauer haben auch in jedem fall einiges vor und eben das aber mit gut gemacht sauer sauer was das ipad auch aus den namen macht ja wir haben hier noch nicht so so hart angegriffen der gegner hat bisher ein bisschen mehr angegriffen und das war auch unser erster 3 von dem hier von so einem angriff will ich eigentlich gar nicht sprechen aber ich zeige noch trotzdem das ist das auch das ist auch immer das ist auch immer ein angriff wo ich eigentlich wo mir die stimme die nacken haare hoch was das für name ich meine drei drei heiler sind halt drei heiler sind halt drei heiler 9 wie heißt der zauber jetzt noch mal lightning spell heißt ja ja lightning spell für die luft abwehren aber ich hatte ich hatte ja eben schon gesagt eine leere kampfmaschine das macht überhaupt keinen sinn und ich meine in dieser armee macht es sowieso nicht so wirklich sinn wenn man die belagerungsmaschine wenn man den mauer für nicht damit nimmt ich meine der kann dann sinn machen wenn du zum beispiel hier unten den inferno haben möchtest ja nimmst du ein bisschen die helden willst in entfernung irgendwie weg haben naja ja ja das sind so immer so angriffe die das verstehe ich dann nicht manche sagen ich meine da ist jetzt nichts hinter hinter dieser maschine die ist einfach nur vorballert ich meine das sind jetzt gerade mit pass sind das mal eben 80.000 gold die der kollege ja einfach so einfach so in den tod fahren lässt und dann auch noch so ein fünf und so ein fünf fronten krieg das haben das erleben wir glaube ich gerade dass auch das nicht wirklich gut funktioniert das hat noch nie gut funktioniert wenn man an allen fronten irgendwo angreift auf allen ecken das kannst du das ganze knicken da kriegst du deine truppen du kriegst dann nie truppen in die mitte weil die alle irgendwo außen dann verenden und das kann nichts werden ich meine sind sind wir ehrlich er ist ein rathaus 11 ich will ich noch nicht mal sagen er ist nämlich schon zwölf ist nämlich schon zwölf glaube ich und das gegen so ein zehner hier er da nimmt man doch einfach nur ein paar ballons und die ehelachen und setzt sie alle auf einen fleck hätte ich fast gesagt und ich glaube das ergebnis wäre besser da ich jetzt mal so ja 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 kommt da hier nicht ran da fehlen natürlich paar ballons die den dann auch machen und hat auch noch ein drachen in der klaren burg in der gegnerischen klaren burge das war wirklich ein bisschen man guckt dann ja natürlich immer mal kurz mal rüber hier mein team was ist er denn ich glaube er waren zwölfer naja ich meine mann 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 aber er hat auch so viel nicht gemacht ja und vor vermutlich wollte sexpistole den hier rauskriegen weil er gesagt hat das ist ein rascher das ist in jedem fall ein rascher denn ich meine wer keine hexen hat keinen lavahund keine bowler was kriegt man denn noch und und die truppen auch nicht hoch hat also die wichtigsten ihr seht das ja die wichtigste truppe hier auf drei das geht gar nicht nach die kobolde das ist ein logo und man ich schon wieder so eine gänsehaut weiß ich bin schon wieder so eine gänsehaut naja ich habe noch ein bisschen zeit zum angreifen elf und zwei minuten ich muss heute auch noch dann wieder ran mit torsen und oder dem avatar aber wollte ja hier erst mal jetzt mit uschi so ein bisschen die lager wieder voll machen denn mit dem mit dem mit dem boost ich könnte mir natürlich auch noch auch noch anders auch noch bewusst holen er ist auch gute 662 passt so wo man gerade gucken 123 aber da kriege ich nicht mal alle da kriege ich nicht mal alle mit das natürlich schade das ist sehr ehrlich macht aber nichts wir kommen den einfach entgegen nehmen erst mal hier die ecken mit einmal zweimal das muss ich ja mal ein bisschen kurz mal ein bisschen größer reingehen und dann machen wir das so 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 jobs und die kriegen lassen wir mal damit laufen ach so jetzt habe jetzt habe ich natürlich auch nicht darauf gewartet dass ich ein bisschen klar habe ich jetzt auch nicht drauf gewartet so damit die drachen hier in der base bleiben machen wir schnell mein king weg und denn die luftabwehr feuer da die eine und ich komme natürlich gegen den fäger das ist macht natürlich auch keinen sinn da hätte ich auch ein bisschen eher auf gucken können dass der achter hier auch schon mal einen fäger hat aber er erwischt auch nicht immer alles und luftabwehren hat ja nun keine mehr aber noch ein paar bogenschützentürme ein magierturm dort dennoch feiern kann und ein paar tesla wird schon da haben wir jetzt mal ein bisschen bisschen teuer glaube ich gerade gefarmt die armee kostet natürlich ihre elex was ich natürlich für andere sachen brauche aber erstmal kriege ich ja sowieso nicht nicht mehr in die lage als dass sie dann voll sind und deswegen ist das nicht so schlimm die lager auf ratus level 9 werden übrigens nicht ausgebaut das heißt die gehen dann ich glaube erst auf ratus stufe 11 wieder ein höher meine ich ne 10 oder 11 ich glaube es ist 11 so dass man die dachen immer noch gemütlich abfahren perfekt naja ich kann euch das leider nicht vorspulen ich muss das jetzt laufen lassen obwohl man es glaube ich abbrechen kann der kampf wird dann trotzdem glaube ich zu ende gemacht kann das sein dass der kampf dann im hintergrund zu ende läuft und die die trotzdem das dorf machen müsste ich mal ausprobieren müsste ich mal ausprobieren will ich jetzt nicht abbrechen weil jedes jeder jeder elex tropfen und jeder taler zählt hier und natürlich auch ein paar sterne ich könnte mal wieder ich könnte mal ich wollte gerade sagen ich könnte mal hier richtig pushen denn 893 das ist auch ziemlich ziemlich niedrig so da sieht man auch gleich wo man so in seiner liga silberliga ist früher habe ich immer gedacht das ist die einzige liga die es gibt also in der in der ich jetzt gerade bin das ist die einzige silberliga ist das wäre natürlich auf die auf die spieleranzahl wirklich ein bisschen wenig gar keine frage es gibt natürlich mehrere silben liegen so wir haben eigentlich alles gemacht hier können wir mal gerade gucken die sind ja jetzt im full speed hier 19 stunden 51 haben wir also noch den boost und könnten den ich könnte eigentlich noch ein bisschen verlängern denn den trank gibt es ja hier auch den nehmen wir auch noch zweimal den haben wir hier noch zweimal drauf dass ich hier wirklich ein bisschen fixer zugange komme und und ja jetzt haben wir auch ein paar medaillen ausgegeben ist in ordnung 1900 haben wir immer noch aber wie gesagt der hat usch hat hier noch nie eine liga gespielt und trotzdem habe ich 8000 jams weil ich natürlich immer alles gesammelt habe hier so gut wie es halt geht und kann aber auch noch die aus den clanspielen das ganze rausnehmen das werde ich dann auch tun aber heldenbuch habe ich ja erstmal noch also ich brauche jetzt erstmal wieder freie bauarbeiter das dauert ein paar tage und dann geht das hier mit dem neuen glück endlich was heißt endlich weiter ich hab's ich habe noch ein dorf angestoßen gehabt der ist mittlerweile rat aus level 10 in den gehe ich aber nicht extra jetzt nicht rein weil ich weiß dass das fertig ist und wenn ich jetzt reingehe dann läuft da auch der timer glaube ich zumindest dass es so ist und deswegen würde ich sagen sehen wir uns in weiteren folgen wieder ich hoffe ihr hattet einen coolen wochenstart und habt eine schöne schöne woche wir sehen uns und hören uns dann danke fürs zu sehen euer toto reischt